Das darf ich sagen, die Motenschauer, die werden jetzt nicht sehen, wie jedes Jahr eigentlich, sind richtig gut angekommen. Wir haben viel gesehen für das Oktoberfest 2011 und den Dingen, die angesagt sind, die angesagt sein werden. Es wird ja immer mehr noch ein Trauch draus zu sehen, das auf dem Oktoberfest. Wir haben gerade letzte Woche eine Umfrage gehört, das verdoppelt sich von Jahr zu Jahr fast. Inzwischen ist, glaube ich, jeder vierte Münchner, der schon, ich sag jetzt meine Anführungszeichen, ordentlich in Kraft auf die Vier. Das wird, wie gesagt, von Jahr zu Jahr mehr. Ich denke mal, wir holen uns... Daran arbeiten wir. Daran arbeitest du mit deinem Team. Ich denke mal, wir holen uns nochmal ein paar Tänzer von den Velvet Tänzen, ein paar Beispiele auf die Bühne. Kommt nochmal raus zu uns, Musik dazu und dann werden wir auf das eine oder andere Stück noch reingehen. Bitteschön. Bitteschön. Da fahren wir zur Stelle jetzt, oder? Wir wollten eigentlich nochmal eines von den klassischen Gündnensinger. Jetzt werden wir weiter mal hier drücken. Ja, es scheint wohl übrigens durchgeinander gekommen zu sein. Okay, bei jederzeit was. Beziehungsweise den zweiten Gündnensinger nach vorne. Also, wir haben jetzt hier einen Dürnfl aus König Ludwig.